Was ist denn da, was für ein Lötis ist? Was ist denn da, was für ein Lötis ist? Wo sind sie da reingefahren? Vorsicht mal, die Kanonen kommen auf dich geflogen Ja, die versuchen den Dingens kaputt zu machen, den Turturm Ich hab den nur unter Beschuss gerade Ähm, die schießen mit der Kanone, nehmen den Katapult auf den Turturm, Leute Brauch ich denn da irgendeinen Sniper oder so? Ja, ich bin da oben da, wenn er aber echt nicht findet Vielleicht ist er... Da oben ist der Sehst du denn das? Ich schieß drauf, ich müsste ihn eigentlich treffen, hoff ich Jetzt kommt der Turretpacker ja nach vorne Ich hab den nicht... Keine Ahnung, was das ist WTF? Ich treffe denn irgendwie auch nicht gerade Wollt die direkt draufzielen? Die fliegen irgendwie durch oder so? Die Volkziele Die weißt du ja nicht Ich treffe mich schlecht durch Der Wächte Paracel, der ist auch vollgezogen Der Wächte Paracel, der ist auch vollgezogen Der Wächte Paracel weg ja da ist verschieden zwei ich kann alle nun die haben wir faktor ich mit was droht der turbitum ist bei platz leute Ich verstehe nicht, dass ich das Katapult nicht treffe, also ich ziele eigentlich drauf. Ist halt schwer zu erkennen. Es hätten die da irgendwas davor oder so, aber der Rex ist auch gleich tot. Ich muss, na 10.000 hat er noch. Ah, die Turrets sind down. Ich kann jetzt versuchen, die Wände nochmal zu reparieren, schnell. Kann sich jemand auf den Tech-Rex setzen? Ich bin auf einem und schieße hier auf die andere Seite. Ah, fuck, ich muss wechseln und stirbt der Tech-Rex, ey. Die sind das Schild hier rein. Ah, die wissen nicht, dass wir noch einen Generator dann haben. Die denken vielleicht nur, dass da der einzige ist. Mal gucken. Versuchen noch ein bisschen zu reparieren. Ja, ne. Jetzt habe ich auch. Lower run. Ich habe 0 Frames. 0 Frames? Ah, ich kann den nicht reparieren. Das geht nicht. Ich kann mich nicht bewegen mal werfen. Okay, das funktioniert nicht. Trifft man den Typ nicht, ey? Das ist doch... Das geht nicht. Das geht nicht. Ich kann den nicht treffen, irgendwie. Das wäre der unverbundbar da auf dem Katapult. Ja, richtig, genau. Ich weiß nicht, ob da irgendwas Bucky ist oder so. Schießen wir dann mit der Kanone. Ja, ich beschliffe auf dem Wechsel und kann mich nicht bewegen. Okay. Ähm. Der Turutum ist gleich weg, glaube ich. Ey, wieso kann man denn den Piloten auf den Katapult nicht erschießen? Was ist denn das für ein Murks, Alter? Ich müsste den rechts mal eben reparieren, ey. So, die sind jetzt wieder weggelaufen. Auf der linken Seite gibt es richtig Trouble gerade. Ich habe auch zwei von den Himmel geholt. Und rechts geht es jetzt einfach los. Ja, aber ich muss den, den Rechsel heilen, der hat noch mit 10.000 Trefferpunkt durch. Ich weiß nicht, wo sind die Schweine? Können die noch heilen, die Schweine? Oder können die nicht mal heilen, die Schweine? Ich nehme das mal an. Ja, ich glaube, die haben wir ja noch mal nicht genutzt, ne? Okay, dann bring mal irgendwie noch Rechsel her, hier. Ich starte jetzt hier. Enable passive healing. Ist an. Mach da aber nichts. Der nächste tut. So rechts kriegt einen. So, jetzt. Okay. Also wenn ihr Rechse heilen wollt, jetzt werden die Gelegenheit dazu. Ich habe einen Schweine aktiviert. Ich bin in die Leere. Ah, die Rechse haben auch nichts zu futtern. Oh, Leute. Vielleicht ist die Spieler leer. Sie zieht sich wieder zurück. Gibt's doch nicht. Heilt der immer noch? Oh, das geht übel schnell wieder nach oben, das Leben. Krass. Aber ich weiß nicht, guck mal bei den Rechsen, ob die noch was zu essen haben. Bei den, den ich hatte, der hatte nichts mehr. Bei mir, in meinem, in meinem muss noch einen hatten. Äh, ein bisschen was drin. Kannst du bei mir wissen? Ne, ne, ich habe es schon rausgenommen. Ich wollte nur, dass die auch nichts zu fressen haben. Das wäre scheiße. Gießen auf den Chill. Ja. Okay, wir werden das Schild noch. Guck mal nach oben. Ja, ich sag mal so, bei 70.000 würde ich das Schild runterfahren wollen. Das ist jetzt schon bei 160.000 Runden. Links, jetzt zieht sie auch zurück. Die Techrechts, der andere müsste uns auch gleich. Ich habe auch getroffen. Das ist eine große Skali. Jo, die haben beide ab links. Sehr gut. Großer Skali wird auch geheilt. Dass irgendein Rex ja noch geheilt werden muss, Leute. Das ist ja auch gut. Nichts schießen. Ja, die bauen jetzt rechts Schild. Das will ich oben von denen. Ein Kind. Mo, hier wird was verhält. Ja, ich bin da und da. Wie sieht es aus lahmen mit Polymer? Jo, dabei. Ach, da Rex, da muss ich. Da oben liegt jemand. Das ist einer von uns. Ja, das bin ich. Ich habe mir nur mal einen Überblick verschafft. Es ist aber auch eine 10 Minuten Pause, ne? Kann ich einer da vorne looten? Wie sieht denn der Turreturm aus? Eigentlich kann ich ihn ganz schnell reparieren, oder? Ja. Wo? Brauchst dich nicht. Haben den schon kaputt? Haben den schon kaputt? Der Generator läuft doch. Die sind gerade in nem Schild drin. Ja. Die sind sind drin im Schild. Ja, das hab ich is ja gesehen von der E �ич 없ens. Die haben nicht den Generator kaputt gemacht. Oh nice! Die hat ihn nur das Gebäude zerstört. Ich brauche fighters. Ich habe keine nên. Ich brauche das richtigen Effektor Jesus drauf. Wirst auf das Schild schießen zu dir. Wenn ich versuch's, aber ich triffe es glaube ich nicht. Ja, der linke Eiskoll muss,Eh $345. Wow. Wie kann der mich treffen? Der Drecksack. woher trifft er mich genau auf dem kopf der fliegt da rechts der fliegt da rechts rum und der trifft mich genau der ist auf der linken der hat direkt fliegt was ich weiß für glück linke eisscholle sind schaden und wo linke eisscholle ne der ist von rechts aufgeflogen da sind zwei flieg auf der linken eis oder die snipe an auf die wir haben direkt sicht auf sich die kommen wieder mit dem katapult leute wie sehen die texer aus der reine ist noch voll der rechtste wieso müssen jetzt wie müssen wir den parasal mit dem katapult platt bekommen da müssen wir aber mal fokussend mit 23 rechts minimum ja ich habe aber kann alles repariert und die haben noch nicht an richtigen generator da und ich habe gerade wieder wände gesetzt müssen jetzt erst mal wieder ein bisschen ballern wir sehen direkt aus die heilen überhaupt noch gar nicht mehr oder ja und dieser eine steine schwein von dem boden gepackt das gefühl muss man das immer wieder aktivieren bei den schweinen bei umi hat das aufgehört ja manchmal packt das dann manchmal zu öfter der fliege so wie gesagt die schießen ne lehrt es auch nicht die schießen jetzt ja die schießen auf den linken katapult grüß dich ich geh kurz denn aus rechts ist noch ein rechts wir müssen halt auf den auf dem parasäer fokussen theoretisch ja ich geh jetzt kurz rechts ist noch ein unbemannte rex von uns rechts da ok nehme ich wieviel leben hat die toll hoch muni ja fast nice hat mich einer gelootet ne dann fack ja die schießen mit der kanone mit der kanone auf den rechten turreturm leute ich habe versucht zu reparieren aber die sind fast im generator ok ich habe es mal wieder zugebaut also die schießen auch auf die rechte seite auf den turreturm gerade aktuell ich baue ich alles wieder zu hier ist in der pflaster die schiene wollen wollen ich muss die strukturen austauschen die wären fast durch gewesen aber auch noch fast problem ist die turrets oben sind schon ziemlich viele dauernd jetzt die schießen volle bunne auf den rechts ich bin schon wieder tot weil ich rausgeflogen bin kann anderen meinen Sacken rufen moment rein wirst du denn hier da vorne wo da rechts ist das erste mal ich stand noch wo du weißt es ich bin hier paketen brütteln auf mich fliegen tschüssi tschüss tschüss die schießen auf unser schild hat es um jemandem blick wie viel treffer punkt ist das hat das gute stück ich bin gerade auf dem punkt sehe ich nicht warte ich guck mal eben ja ich kann auch schauen wie viele polymer sind gebracht ich habe jetzt in person bei 4000 mehr gebracht und hat noch 130.000 das schild ja gut das schild ich würde mal sagen wenn es unter 70.000 ist würde ich das schild einfahren dann würde ich reparieren und dann würde ich wieder auswarnen aber wir müssen drei minuten warten bis man es reparieren können aber das ist die effektivste variante um das schild aufrecht zu erhalten kann natürlich sein dass sie dann noch so baseblatt machen während das down ist aber das schild wäre dann eh bald kaputt so und so kann man es dann irgendwann wieder aktivieren das ist eigentlich jetzt der plan quasi cooler plan das ist ein kaputt ja ich mag den plan auch eigentlich dann ist das dann wieder in kommentaren die man schild down gemacht und ich will mich abgäuert und so ist das das ist so weiningen füßen ok kann man mal gucken 2 Minuten 40 Sekunden kann ich es reparieren, würde 1000 Eisen kosten, das Teil schadet per ein Polymer, ok, das stecke ich mir schon mal ein, den Scheiß, also zumindest das Polymer und so weiter, wenn es dann schnell geht, also ich glaube wir brauchen noch mehr Poly, ich würde jetzt, das würde dann nach der Pause nochmal losmachen, vor die Fahne, ja, und das Talle, wenn das im Replikator alles ist, könnte es auch knapp werden, ja, in der Nähe gibt es gleich Kristalle, da könnt ihr gleich mitfahren, ich brauche nur ein anderes Tier, weil der Sichtlohr da, der kann überhaupt nichts sagen, also die Dynactus dürfte nicht die gleiche sein, aber wenn du sie findest, loote sie gerne, erstmal wenn ich reinkomme, bin ich an der Stelle raus, ich schau mal, ob ich den Tektoren nochmal probieren kann, Ne, sieht gut aus Boah, ich muss unbedingt ringsrum hier mehr Turrets platzieren, das ist ja super wichtig Wir haben ja noch Obsidian, soll ich das zur Polymer verarbeiten, oder braucht ihr das für Kugeln oder so? Also haben 100 Kugeln, braucht keine Kugeln mehr Leute, die haben sich schon wieder aufgeschossen, aber der Generator ist noch ganz, sehr gut Ich wurde gefunden! Mein Schichtensystem scheint irgendwie, bisher zumindest zu funktionieren Kann ich jetzt reparieren Sie vielleicht? Ich kann dem Replikator nichts herstellen, obwohl alles da ist Ja, genau das Problem hatte ich wohl auch Was hast du da gemacht? Weiß ich nicht, irgendwann ging es wieder Komisch Komisch Ähm, also die haben schon wieder das Scho angeballert und nicht den Generator erwischt Oh, die Siling um ist auch kaputt Die Siling ist eigentlich unwichtig Wobei, ne, ne, die ist wichtig, ich schätze, ich muss Siling machen Ich würde mal so sagen, äh, aktuell sind Mindestens 3, vielleicht so 4 Tribes abgesprochen gegen uns Und, ähm Also irgendwie alle Tribes haben leichte Probleme, was so Freezes angeht, das haben wir aber auch genauso Ja Ja Und ich würde mal sagen, bislang steht unsere Breaks noch Kannst du mal versuchen zu reparieren? Oder steht da bei dir eine Zeit? Jetzt guck mal Äh, ne, ich brauch noch Metall Soll ich dir was vorbeibringen, weil du kannst mich ja nicht alles tragen Oh, Pause, sehr gut Musst du aufs Crew, ey Ist jetzt schon Pause? Ja, 05 ist schon Kannst du es jetzt zwar noch versuchen, ne? So Wie viel Metall brauchst du? 1000 Äh, also noch 600 700 Geh du schon mal dahin, ich komm mal gleich vorbei Okay Wie viel Rate hast du denn? Äh, ich hab nichts mehr frei an welch So, 600 brauchst du noch, ja? Ja, ungefähr Jetzt ist mal Ja, jetzt mach mal, sofort nach der Pause Sofort nach der Pause das Postschild reparieren Ja So dann, ich geh schon mal hier zum Postschild Kommst du dir vor, sedia Ja Ich brauche noch Ungefähr 750 Metall Okay Ich hab das Schild jetzt ausgemacht, glaub ich Das Schild ist aus Das Schild ist aus 5 Minuten So Das war ne dumme Idee, das hier oben zu machen lang Sedia? Jetzt kann ich's einfach reparieren Okay Wo ist mein Zeug? So Leute, ganz kurz Das Postschild ist deaktiviert Äh, also aufpassen jetzt, ne? Ja, ich war nur der Plan, weil ich sonst überladen werde, dass man mir das Metall gibt und äh Ich das repariere, das schild das hat jetzt nicht gut funktioniert Genau unter dem, äh, Metallnot Der Link ist einer auf der Eisscholle What the fuck? Wie konnte er mich, der mich jetzt treffen, bitte? Oh, wie trifft er mich? What the fuck? Äh, irgendwie mitten auf der Eisscholle müsste irgendwo ein Typ sein oder so? Der ist auf der Linken Seite, ich schneipe auf den Okay Oh, krass man Oh, wie trifft der mich denn immer? Der ist voll schnell, alter What the fuck? Okay, Mo hat eingekillt War das der Sniper? Nee Ich will eigentlich nur die Türbe-Türme reparieren So kann ich das nicht machen, äh, das ist schlecht Dürften wir eigentlich nicht dafür stehen da genug Ähm, rechts, Leute, rechts, ähm Ganz rechts fliegt einer rum und der schießt jedes Mal wie mein Tor so weg Wir müssen sich mal ein oder das Sniper drum kümmern Ah, da oben in der Luft, meinst du? Richtig Mauerwerfen, Mauer Oh, das wäre echt schwer zu treten Jo, der fällt Der müsste tot sein Nee, der ist nicht tot, oder? Es kam ja keine Meldung oder so Nee, 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 der fliegt dann auch rum Der hat mir jedes Mal mein Tor so weggewandelt, der Typ Bin weit, ja, ich sehe den gerade nicht Nee, jetzt ist er auch weggeflogen Achso, okay, okay Schild ist wieder da Aber der ist gefallen gerade Also deswegen wusste ich mich Oh, Schild ist da, oh, top Ja? Ja, Schild ist da Sehr gut, Schild ist übrigens auch wieder repariert, ne? Äh, der eine trägt direkt, ich hab fragt, oh Oh, Alter, das ist doch nicht euer Ernst Echt? Welcher? Welcher? Da, der kommt Jetzt ist die Laune hier Ah, der wird wegbrechen Ah, schade Ich verstehe das nicht, also da ist irgendeiner, der mich jedes Mal in Rüstung One hittet Ja, von den links schießen die oder so Die versuchen ja die wegzubekommen Nee, die schießen nicht nur von links, ich bin auf der rechten Seite Also, ähm, wahrscheinlich schießen die auch von der rechten Seite, dann Ja, ich mein, gut, da sind irgendwie 3, 4 Tribes die gerade hier sind Das sind ja überall Hat jemand zu viele mitgenommen oder was ist da los? Ähm, guck mal in den... Ach, warte mal, stimmt, ich brauch Primeplay, das war das Problem Also, als ich vorhin geguckt hab, da waren 12 drin und ich hab 4 genommen Ja, ich hatte den Rest genommen, 800 noch Jetzt sind schon wieder meine Handschuhe kaputt! Wollt ihr mich verarschen? Hat irgendein Tier Primeplay? Weißt das gerade einer? Ja, keine Ahnung Maxi, der gibt ja wenigstens 3 oder so Ja, schnell rein, 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 rein Wo bist du? Mann ey, wie's mich auch gekotzt hier Hinter der Bait Äh, wo hab ich die denn? Ah, hier Wo bist du? Bei dir Das hier? Ja So, jetzt komm ich hier nicht mehr raus, oder was? Okay So, den linken Turreturm hab ich auch wieder repariert Ich glaube, wir sind wieder zwei meine Rüstungsteile kaputt Der linken Turreturm hat mich scheiße Äh, wir schießen mit Kanonen auf den linken Turreturm Wieder mal Ähm, also es müsste jetzt ganz schnell Leute vor zum linken Turreturm Trommel? Eieieieiei Tage Die 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 Untertitelung des ZDF, 2020